Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit der wöchentlichen Mission auf Legende, die Kommunion, Impass aktiv, Schermins Feinde, einmal Barriere unaufhaltsam, dann Ausrüstung gesperrt, dann Pass genau und hier einmal geschützte Feinde. Alles, ja, super Sache. So, ja, hier geht es direkt rein und viel Spaß uns zuhören und zugucken. Hier hört ihr an beiden nicht, hier hört nur mich. Los geht's. So, los geht's. Ihr hört mich übrigens die ganze Zeit sabbeln, damit das hier ein bisschen besser abläuft. Weil, wenn nicht keiner redet, dann ist das ein bisschen Chaos, finde ich. So, ich muss mal kurz was überlegen hier. Unaufhaltsam, Antibarriere, ja gut, habe ich jetzt noch nicht mit. Ah, da fangen die anderen beiden auch noch mal mit, hoffe ich. Wenn nicht, wäre es doof. Na, hat auch Überladung mit Barriere oder nicht? Na ja, gut, ich bin schon mal hin, ne. Falls man wäre, hat beides mit, ja. Ja, das kriegen wir schon hin, ne, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Unsere Beispiele ist es nicht mehr so besser. Alles vergessen. Und 100k sind sie erreicht, ne, glaube ich, ja. Wie Korra glaubt, es gibt noch mehr zu finden. Wie wird uns die Kommunikation mit der Dunkelheit helfen, die Stimmen zu verstehen, die wir hörten, als wir Sagiras Hülle fanden? Das ist aber, sag ich, das ist doch, 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 das ist doch. Ein kleines Schild. alles wegschießen was da ist ich empfange eine übertragung der kabale hier ein ausschnitt die krieger des kabal imperiums abtrünnige sind auf dem weg zur europa pyramide um schätze der dunkelheit zu suchen ihre expedition ist nicht sanktioniert jeder der sich ihnen anschließt handelt für sich allein die besessenheit meines vaters von der stimme in der dunkelheit darf nicht auf unsere eigenen reihen übergreifen das heißt wohl dass die kreisere nichts dagegen hat wenn wir uns den weg hinein kämpfen so lange akkus meine ich weggepatsen höher egal schenke ich auch mal in meiner Nein. Das war's für heute. Da muss man ja geschützt aus Nein, die soll wieder aufgehen Ja, nice Das lüft doch Oder was? Loot tut gut Loot tut gut Ab in die komische Pyramide, wo wir eigentlich gar nicht rein, ne? Ein Kabalschild blockiert den Eingang Sieht aus, als wären sie zuerst hier oben gewesen Bitte Na, das weiß ich auch nicht, was da ist War schon mal so Hey, ich kann mich nicht mehr drin ändern, das ist so gut, ey Er ist die Pyramide, reagiert auf unsere Anwesenheit Sie öffnet Türen, bewegt Plattformen Oh, das war jetzt nicht so gut Ihr müsst mich eben kurz, äh, oder auch nicht wiederholen, sorry Ich hab leider einmal zu viel gedrückt Ja, lauf mal weiter Das ist nicht so schlimm Lauf mal weiter Das ist halt der Warlock-Spur, ne? Einmal zu viel gedrückt, sagst du runter wie so ein Aber wie du, Hüter, habe ich gemerkt, es zu nutzen Das ist toll dann Hier gibt es überall Vorräte der Kabale Sieht so aus, als würden sie versuchen, in der Pyramide Stellung zu beziehen Vielleicht in der Hoffnung, Artefakte der Dunkelheit für ihren Krieg gegen den Krieg selbst zu stehlen Ich glaube, dieses Gerät stört irgendwie die Bewegungen der Pyramide Ich glaube, schon krempfe ich den Finger hier Da muss ich also den Controller mal was dazu sagen Da muss ich wohl mal Rücken-Tausch spielen Zufall einer Kein Problem Wir jagen sie, wir jagen, sie jagen nicht uns, wir jagen sie, Leute Geil Die Tür ist zu, zu ist die Tür Ja, ja, Grambad, Grambad Und ein Grambut hier, ja So Das wird jetzt den Abnuch sehr erhöht, umso mehr drauf Die Leute schießen mich jetzt mal da ab Ah ja, hier Ach, die Tür auf. So, jetzt mal gucken, ob meine X-Takt ist, X-Takt gesagt. Doch, wie müssen wir jetzt? Na gut, ja. Okay, jetzt ist das Telefon. Ah. Nee, kann jetzt nicht. Mal fallsam. Ja, entbunden. Mal fallsam. Ui, ui, ui. Ich glaube nicht, dass die Pyramide uns aus Großmut hilft. Sie manipuliert uns, benutzt uns irgendwie. Die Dunkelheit ist eine neutrale Kraft. Aber die Pyramiden... So, der Boss-Room. Solange wir nicht wissen, was sie vorhaben, müssen wir auf der Route sein. Ja, hier immer schön bewegen, ne? Die Leute kommen hier und so, ne? Aber schön bewegen, schön. Kling, aus der Spiegel. Oh, ich wollte nur da hinten aufsprechen. Egal, was ich helfe. Da schießen wir weg. Kling, 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 kling. Scheiße, nicht mit der hier drin. Meinst du ihn? Oh, du willst das? Ist das nicht. Oh, ich hab's nicht tun. Du willst die Arke-Kang da und du löst. Also, ist das nicht zu... Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht. Dustar-Kang da. Ich hab's nicht mehr. Ich sehe, dass die komischen Kinder ausmachen. Nein, wie war das? Na, Stürmer deaktivieren. Bin ich dabei. Oh, muss ich halt, dass ich sterbe hier. Jo, alles klar. Hab ich deaktiviert, aber ich hing da eben fest. Sech gehabt. Danke fürs Wiederholen, geiler Magathem. Ja, geil. Oh, oh. So. Wo ist ne Boss? Ja. Ja, er springt wieder weg von meinem Kram. Mann, ich hänge immer irgendwo fest, die man so auf dem Sack bei Destiny 2. Immer hängst du irgendwo in irgendwelchen Ecken fest. Keine Ahnung. Das Gefühl hast du nur in diesem Spiel ab hier. Na, geil. Da ist was, ey. Da ist was, ey. Da ist was, ey. Nice Team. Nice Team. Nice, nice. Nee, wir haben keine 100 K. Ach, geht noch weiter. Auf ihren Reisen jenseits der Heliopause ist Königin Marasoth dem Wesen begegnet, das die Pyramiden befehligt. Sie sagte, sein Verstand sprach um vieles lauter als der anderer Wesen. Eine Kakophonie der Gedanken. Eine Kakophonie der Gedanken. Vielleicht lenken diese Stimmen die Schiffe. Eine dieser Stimmen hat auch im Schwarzen Garten zu euch gesprochen. Noch keine 100 K. Hier gibt es nicht. Dieses Doppelklicken geht auch ganz schön. Einfach Zeige. Oh ja, sehe ich noch Gegner. Sehr schön. Ich muss den unteren Feilzimmer aufhalten. Schön. Das ist das Akkus, Moment. Ich schütte ihn weg. Oh, das ist auch mal gefallen. He he. Da können wir wieder Muni gebrochen. Was macht der da? Hm, 100 K. Ikora sagte, dass diese neue Fähigkeit es erlaubt, psychische Abdrücke von vergangenen Ereignissen zu sehen. Und wenn du mit der Pyramide kommunizierst, kannst du vielleicht den Abdruck auf Sagiras Hülle sehen. Haha. Es ist seltsam. Das Licht hat dich vergessen lassen. Und jetzt hilft dir die Doppelklick zu erinnern. Ah ja, ich habe noch gute Dingsbums. Ja, ja, genau. Ganz vergessen. Mann, ich habe das eigentlich erst vor ein paar Wochen gespielt, ne? Ich habe das alles wieder vergessen. Ey, voll doof. Die Kabale versuchen die Statue zu zerstören. Wir müssen sie aufhalten. Sonst kannst du nicht mehr mit der Pyramide kommunizieren. подписchenfilme rein. Ohul. Wieder ein Signal. Ja, dann brauchen wir hier wieder zwei. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-dun-da... Das schon wieder. Das war's. Oh mein Gott. ... ohhh yeah Was sind die Socker? Oh 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 Kann jemand hinten deaktivieren oder soll ich da hin? Ich will da jemand hin von euch Wo schießt der hin, der Kavalle? Frei ist er Wo ist sie gar nicht Wow So 100k ist easy, reicht's ne Ich muss ein Ding auch die aktivieren Weiß gleich ich hab mal eben hier rüber ja jetzt schminkt mich zwischen niemandem weg ich sehe gar nichts Feuer frei easy dann ganz Team dann ganz Team super Run ich schwöre wie sie uns ruft sei vorsichtig Hüter super Run nice nice richtig gut wir haben mit der Statue kommuniziert noch ist unklar ob sich etwas verändert hat wir bemerken den Effekt wohl erst wenn wir zurück in Sabatuns Thronwelt sind so oder so wir wollen nicht länger als nötig hier bleiben tada äh nein die Sachen brauche ich alle nicht die Küchler bauen nein trotzdem mal danke ans Team ähm ja ich brauche noch immer noch eine Energiewaffe und nichts anderes das ist echt ein bisschen blöd ich hab schon wieder hier so eine 60er gekriegt ja man ey gibt's doch nicht Banane ja so dann ganz Team nochmal reingehauen bis zum nächsten Mal tschüss